Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner kleinen Inselreise hier zwischen Mutanten und, ähm, wie heißen die anderen Viecher? Kannibalen. In the forest. Jo, wir müssen mal was essen. Hä? Tschu! Entschuldigung. Ach, fängt ja schon gut an hier, ne? Ach, Kerr. Ach, Kerr. So. Jetzt würde ich gerne schlafen. Aber kann ich nicht. Hm. Dann schauen wir doch nochmal, was hier draußen so anlag. Das ist auch geil, dass man das Feuer nicht sieht. So. Du kleiner Mümmelmann. So, genau. Die Frage ist ja, wollte ich das wirklich so, ne? Hast du Sahne, Alter? Hast du Glück gehabt? Das sagt, die Tür war da auf. Hier müssen wir nachher ein bisschen Holz sägen. Hier liegt nichts mehr rum, ne? Neu eingeloggt, dann ist auch alles weg. So, ja. Jetzt warten wir wieder drauf, dass wir pennen können, ne? Oder war da noch was? Dann bau die Falle doch wenigstens wieder auf. So. Irgendwie habe ich auf der Playstation aber mehr da drin gefangen. Scheint irgendwie gar nicht richtig zu funktionieren. Ich dachte, ich habe gerade irgendwen gehört. Ja, hier auch. Ich dachte, hier könnte man jetzt wenigstens ein bisschen Action betreiben. Aber nein. Hier ist ja nichts los. Jo, Tür vor die Schnauze. Richtig. Jetzt lass mich doch schlafen hier, Mensch. Ein bisschen müssen wir noch warten. Komm, lass Steine sammeln. Machen wir da oben weiter. Ja, da muss ich auch nochmal... Achso, Steine sind voll. Guck mal. Da muss ich auch nochmal gucken, wie ich ganz oben dann dran komme, die Steine zu setzen, ne? Ist ja hier schon echt übel, ne? Ach ja. Na, komm. Gehen wir mal ein bisschen sammeln hier. Ja, warte, sonst spawnen die Steine da oben, wie blöde. Wieso denn jetzt nicht? Da ist nochmal einer. Wow. Ach, da rennt einer rum. Wo sind sie? Jetzt kommt er auch rein. Ah ja, da. Hihi. Ich bin der Kollege. Da ist einer in der Falle gerannt, ne? Hör auf. Wissen wir hier was? hat sich so angehört sie echt sagen dass wenn die fallen ihr ausgelöst aber anscheinend nicht ich denke wir können jetzt auch kennen hier noch jetzt die tür hier in welchem elan da geht ja gar nicht da muss ich mir noch einfallen lassen ach ja ja dann wollen wir schauen hier noch schädel ich hätte gern den kopf jetzt gibt es kein schädel hier was ist das denn das ist auch immer geil du drehst dich um und der stock ist weg ach ja wollte ich doch hier reinpacken essen das habe ich mir echt gedacht nimm doch mal ein schädel mit die sind noch nicht getrocknet oder leider nicht das ist schon verdorben kannst du mal eben hier rausschmeißen nach naja es ist echt fantastisch ärgerlich hier noch hallo essen 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 den kleinen hätte ich noch gebrauchen können so egal so wir brauchen holz komm mal komm mal komm mal komm mal komm mal komm mal heißen ja we need holz so er kommt weg 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 ach ja auch gleich wird angehörig sehr schön wuuu alter er fliegt hier aber auch wieder aber der bleibt heile alles gut er kriegt am meisten ab bleibt aber stabil aber so ein blöder zaun der wird von so einem holzding nur gestreift und dann war es da dann war er gewesen zwei noch da waren die türen da wo muss ich rein ich wollte nicht den ganzen wagen mitnehmen aber ist okay der hat hier gerade ein sehr merkwürdiges eigenleben da brauche ich auch nichts mehr zwischenspannen so gut dass ich nicht mit dem fliegen gehe ach ja so wir bauen hier ganz gemütlich weiter der stress kommt ja bald wenn wir in das sinkhole gehen dann heißt stress aber da kriegen wir dann immer was zu tun kann auch schon wieder nicht alles gewesen sein das ist es auch nicht musst nur richtig gucken Minion Minion da ist noch einer ich glaube das war der letzte vom letzten feste vom letzten feste dann ballern wir nochmal welche runter machen das sind wahrscheinlich nur Sticks so naja den rest hole ich gleich noch keine keine angst durch die türe da so das hat ich mir hier wieder zusammen zu waffel konstruktionen dann brauche ich nochmal seile damit wir da hochkommen aber ich komme nicht durch ich fette sau verdammt so aber ne so so guck geht doch so sehr schön ja klasse hat ja was gebracht hier juhu und ist herunter gefallen so jetzt wollte ich aber trotzdem gucken wenn ich da oben bin weil ich hier so bauen kann ne weil im endeffekt ist das doch blöd wenn ich diese baumbrücken nicht bauen kann ja hier da geht es nämlich nicht ne ne dann braucht er dafür jetzt baumstämme wie soll ich die denn dazwischen kriegen ne ja das ging ne ach ja viele sind es ja gar nicht einer noch oder zwei so so wie so wie ganz toll das hast du hier tolles gebaut kommst du wenigstens hoch da geht ja noch ja und von hier kannst du dann so ein bisschen beobachten hier ne super 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 äh ja ganz toll hier ganz toll ganz tolle wurscht ja aber kommt ja rauf und runter so sogar so dann bauen wir hier mal auf 15 stück 14 noch 12 kriege ich hier mit das ist natürlich blöd ne hier sieht's doch gut aus hier sieht's doch gut aus ja ist halt jetzt gemütlich bauen und sich entspannen von anderen enttäuschungen so mein gott dann bin ich plötzlich müde gibt's ja gar nicht war aber auch ein harter Tag heute das war schon wieder ein Baumstämme hier ja anscheinend ja ja ich sehe hier nix mehr ne ach ja hier sind nochmal welche aber das waren die letzten beiden oder da sind nur Rehe ich jetzt auch grad keine Lust drauf ja da müssen wir gleich nochmal ne Runde sägen hier hey ähm wo ist jetzt die blöde Tür da tagsüber kommen die gar nicht mal so ne tagsüber kommen die gar nicht mal so ne da da nehmen wir doch direkt den hier da 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 oder sagen e da o wohl so alle beide tot halt erst mal ein ich habe da kein schädel was denn los hier zusammen keine schädel mehr hat er jetzt wieder ein schädel ja doch gerne doch noch stehen das war voll so darf ich jetzt mal hier oder was ich will immer wenn ich hand anlegen kommt irgendwo wer ich will doch nur mal eben baum fällen hier da muss ich ja dringend was essen war kein energie mehr er hat mich auch blutig getroffen so ihr lieben dann wollen wir doch mal das punktstück auch schon mal fettig schnell nach inklusive seiler ja wie ging das noch übers buch und dann gab es doch nur ein seil ne oder nicht die seil hier kletterseil ich habe aber kein seil wie viel brauch ich denn eins ja wir müssen echt bald mal seile sammeln wo sind denn die ganzen schädel jetzt immer und natürlich hände wieder rein ehrlich hat sich feuerle erwischt das war nicht geplant das war so nicht geplant so erst ruhig noch ein zweites machen so jetzt haben wir das gerät auch fertig ach so diese tür hier so jetzt haben wir das kann ich jemand sehen jetzt hätte ich gern noch eine brücke nach darüber dann noch mal eine nach dahin vom kleinen wachgang ne also guckst du ja kann ich aber hier nicht so ziehen hier die baumbrücke hier geht es hier kann man doch schon mal was feines sagen 18 hölzer ach ja 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 das war wieder klassisch so hier plattform wo war die denn jetzt wo war denn diese blöde plattform hier fundament oder ne beistellt sich ja ich komme ja gleich wo war denn das ne fundament nein hier plattform mein gott so wo waren sie jetzt hier kommen sie doch mal rein die ganze zeit vor die wand rennen und dann abhauen oder was und der lässt mich gar nicht rein ich gehe wieder oh mensch oh ja warte jetzt ist ja immer noch hier wie baum schlafen können wir wahrscheinlich eh noch nicht aber ich kann hier schon mal anzeichnen ne wo war das ding jetzt noch da wenigstens haben sie immer snap points ne so war das also ach so ja du musst natürlich auch erst bauen ne ist ja klar ne wie konnte man das denn nochmal abwählen ah ja so ja das geht wahrscheinlich noch nicht ne 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 bis besuch kommen können wir schon mal was wegsehen bzw wir endlich pennen können so oh man aber immer so ich glaube ich finde das so viel ich höre nur schreie aber nichts kommt jetzt drauf gewettet dass hier so da tut weh doch nicht er hat ja darauf geschworen hier kommt jetzt irgendwie sonnen kann die ball so können wir endlich schlafen nein das ist immer ätzend dass man so lange warten muss dass man mal pennen kann wieso weshalb warum ich sehe nichts da ist einer doch mal rein hier was ist denn da los und noch ein das lade ich dich schon ein kommst du nicht auch haut doch nicht wieder ab denn rein raus weg kommt wieder jetzt ist er weg und ich und ich denke mir ach komm es hat für ein komisches geschreihe hier das kenne ich mal so gar nicht mal bloß in die richtige richtung aber woher kam jetzt gerade nicht da jetzt kann ich immer noch nicht fänden werden hier ist kalt du hast hunger mein gott lassen erst mal guck mal hier der schon ganz blau und hungrig ist er auch wenn ich schlafen könnte man 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 dann baue doch schon mal bis ich schlafen kann kann ja schon mal ein paar verwursteln hier weil ich so sehr nöne bis es weh tut lasst mich doch von euch nicht stören hier bei der arbeit jetzt werde ich nur pennen können jetzt hier ist kalt du hast hunger eben aufgefärbt und man kann nicht nur pennen oder denn es ist immer noch kalt so geht doch jetzt ging es auch mit dem schlafen wir sind schon wieder weit drüber dann hoffe ich euch doch dass euch die runde heute gefallen hat und wenn ja lasst mir daumen nach oben da wenn euch interessiert wie die reise auf meinem kanal weiter geht dann abonniert ihn euch lasst mir gerne auch eure kommentare da würde ich mich sehr drüber freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche einen schönen abend bis dahin ciao